Moment. Wir wollen mehr Action. Also Regie nochmal von neu. Erinnert ihr euch noch an den 3.3.2011? Dort hatte ich zum zweiten Mal das Ziel verfolgt, einen 24-Stunden-Steam zu machen. In wenigen Tagen gibt's dieses Spektakel schon zum dritten Mal. Es gab geile Lachflashes, gut gelaunte Gastkommentatoren, viel Action, Spannung und Fails in 24 Stunden Länge. Die einzigsten Probleme dabei waren die Qualität des Livestreams und die Lags. Doch dieses Mal streamen wir ohne Lags und mit guter Qualität. Darum verpasst den Livestream nicht. Er beginnt am 15.12.2012 um 17 Uhr und endet erst wieder am 16.12.2012 um 17 Uhr. Seid gespannt, wie ihr mich bei diesen 24 Stunden unterstützen könnt, wollt ihr wissen. Nun seid dabei im Stream, saubt für gute Laune und schickt den Link zu diesem Video, zu dieser Ankündigung an eure Freunde und den Link zum Livestream auch, damit wir möglichst viele Zuschauer dabei haben, die mich tatkräftig unterstützen können. Im Livestream werden euch erwarten gute und lustige Gastkommentatoren sowie viele geile Spiele, viele Lachflashes, viele epische Stellen, Freakouts und Schlaflosigkeit. Ihr wollt wissen, welche Spiele gezockt werden? Das sind diese hier! Bis zum nächsten Mal. Und hier kommen die ganzen mutigen Gastkommentatoren, die mir Hilfestellung leisten beim 24 Stunden Streamen. Das sind diese hier! Chaos und Schattenpuma haben deswegen ein gelbes Fragezeichen hinter dem Namen, weil ich noch nicht weiß, ob sie Zeit und Lust haben werden. Ich hoffe und denke, ihr freut euch schon genauso wie ich auf diesen 24 Stunden Livestream. Wenn ja, dann gebt diesem Video doch einen Favoriten, um mich zu unterstützen. Und nun lasst uns mit Vorfreude auf den 24 Stunden Livestream warten. Und ich hoffe, wir sehen uns dann einer Woche am Samstag, dem 15.12.2012 beim 24 Stunden Streamen. Bis dahin, ciao! 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 Untertitelung des ZDF, 2020